Captain, gucken Sie mal, wir haben eine Standbild-Lebensform entdeckt. Okay, was tun wir in so einem Fall? Begrüßen wir Sie mal, hallo. Also, ich würde da vorsichtig sein. Das könnte eine böse Standbild-Lebensform sein. Was machen wir in so einem Fall? Was tun wir da? Was sieht denn das Protokoll vor in so einem ausweglosen Fall? Ich würde mal gucken und alles abfeuern in Zeitraffer, was wir haben. Das klingt nach einem guten und perfekten Plan. Feuern wir mal alles in Zeitraffer ab, was wir haben und Feuer. Captain, gucken Sie mal auf den Schirm. Ich glaube, wir haben Sie böse gemacht, diese Lebensform, die ein Standbild ist. Oh nein, was machen wir denn jetzt, wenn diese Standbild-Lebensform böse geworden ist? Captain, ich glaube, Sie hat gerade das halbe Schiff zerstört. Ja, dann schleunigst roter Alarm und alle von Bord, bevor sie noch böser wird. Weg hier!